willkommen zu einem neuen video in diesem video geht es um zwei versionen von steinboxen einer forstkiste und wie man blitzer aufs frontgewicht oder auch auf dem traktor montiert anfangen möchte ich mit der kleinen steinkiste das haben wir aus einer aufsetzwand für euro paletten herausgesäbelt und so muss man nämlich diese ganzen nie herauslösen die bretter kann man dann wieder zurechtschneiden auf die richtige länge und dann passt man das am besten direkt am gewicht an und kann die bretter auch noch mal nachschneiden der vorteil an dieser steinbox ist einfach dass man es dann nachher das zeige ich euch beim zusammenklappen sehr viel platzsparender ist zum beispiel nur die andere version den kleinen gewicht ist die eigentlich vollkommen ausreichend wenn man den überstand dieser haken ca 3 cm ausreicht weil man nicht so viel hineinpacken kann etwas sieht man da auch gleich das sind nur die dübel schlag dübel für daneben die forstkiste was dann später kommt da haben wir doch die muttern drauf wenn man die steine hinein schmeißt oder einfach die steine dumm schlagen dass die gewinde kaputt gehen das lassen wir die muttern gleich über das ganze jahr drauf und der vorteil wird es gleich sehen werden ist jetzt kann man das schön zusammenklappen das funktioniert gleich wie bei der originalen oder bei der aufsetzerwand und das kann man viel geschickter lagern zack benötigt nicht viel platz ein riesen vorteil gegenüber zu der zweiten version mit das von der sonne sieht man es ein bisschen besser das ist ganz einfach das sind glaube ich 5 5er haben wir auf die so lang abgeschnitten dass man auch am rand einen schönen übergriff hat mehr übergriff als bei der anderen version einfach weil es vom volumen her viel größer ist da können wir auch saatkutzsäcke hineinlegen ohne dass die bei der fahrt auf der straße dann runterrutschen können und man tut sich einfach mit zusammenschraufen viel einfacher jetzt nimmt man einfach die bretter das messt man sich auch schnell die bretter zurecht hobelt die ab und da kann man die schrauben hier in 5 5er rein drehen und muss nicht die bretter zusammenschrauben und die brechen hundertprozentig aus so kriegt man erstens die höhenführung hin und die bretter reißen auch nicht auf das ist glaube ich fast selbsterklärend für das braucht man nur das nötige holz zu hause wie man es dann baut sieht man hier eh schön und wenn es fragen gibt wo man so eine die aufsatzwende kann man bei einem spediteur sicher bekommen und jetzt muss ich kurz abbrechen weil der papa tut wieseln und das ist sehr störend jetzt geht es mit der forstkiste weiter es ist ein bisschen ruhiger da gibt es eh nicht mehr viel zu sagen zeig es kurz her das ist eine lkw staubox die wir so bekommen haben was hier einen leichten defekt hat aber noch dicht ist und gut schließt so was kostet ungefähr 70 euro dieser größe das wohl natürlich für den winter dadurch muss man schon zu dritt also mit drei leute drei motorsägen in den wald gehen nimmt man sehr viel werkzeugmaterial einfach mit das geht sich im traktor drinnen schlecht aus einfach danach sicher seile montiert das ist eben im wald nicht kompletter deckel nach hinten klappt und vor der fülle lumine sind eine kettensäge drin also gegen sich locker zwei ketten sägen schön aus und danach schlupfketten umlenkrollen und dergleichen kann man alles mitnehmen sieht man hier noch die welche die man gebohrt haben und eben wie schon vorher angedeutet das wird dann eben mit die schlagt übel den beilagscheiben einfach befestigt aber immer hier hinten noch ein holz dazwischen hinzu dass wir ein bisserl höher kommen hinten weil das mit unterlenker knapp wird dass man vorher noch ausprobiert bevor wir es montiert haben man könnte die box natürlich auch vorne montieren das machen aber nicht da haben wir mit den kanten oft ab loch zur seite drücken vom wegrand und dann ist die box oben wesentlich sicher montiert ein nachteil ist natürlich durch die bauhöhe von der box und dem gewicht dann dass man die abblend licht von die in der aus in der motorhau besitzt das verliert man natürlich so da braucht man wenn die scheinwerfer im a holm und das ist zudem das ist günstige sache das kann man sich überall besorgen ist auch einfach aufgebaut und man muss sie nicht immer drauf haben wie jetzt vielleicht irgendwelche spezialkisten die eigens ins gewicht integriert sind so kann man auch die bestehenden frontgewichte nutzen und mit ebenso kleinen verbesserungen sich das leben als landwirt viel einfacher machen jetzt geht es weiter mit den blitzern zum einfach möchte ich noch kurz erklären warum wie die blitzer eben aufs frontgewicht montiert haben und warum man die blitzer überhaupt benötigt mit der kurz zur drei meter kreislecke schauen das ist ein überbreites arbeitsgerät für das braucht man im straßenverkehr ein drehlicht das drehlicht sitzt auf drei meter höhe und ist für einen pgw fahrer der sich hier unten befindet sehr schlecht zu sehen natürlich sind jetzt dann die blitzer die viel näher am sichtfeld des fahrers sind ein wesentlicher vorteil und man wird viel besser wahrgenommen manche montieren die blitzer auch hinter diesen gittern in die motorhaube das habe ich auch schon gesehen bei einem hohen traktor beim großen traktor ist es natürlich auch wieder sehr weit oben und durch den winkel wo es der pkw fahrer sieht auch eigentlich schwer zu erkennen natürlich warum auch blitzer oder das drehlicht wird zum warnen da ist vorne ist der traktor sehr schmal hinten schaut man das drei meter arbeitsgerät heraus und der pkw fahrer hat meistens keine ahnung was für eine gefahr jetzt eigentlich laut wenn man mit so einem gerät auf der straße daher kommt langsam erfahren in zwischen situationen ist natürlich immer vom traktorfahrer pflicht dass man dort auch selber die gefahr minimiert und aufgrund dessen auch dass man und sieht es hier sehr schön der kühlergrill vom traktor komplett durchs gewicht bei uns blockiert ist und man die blitzer auch einfach aufs frontgewicht montiert dass kein sinn macht wenn ich jetzt hier die blitzer hin montiere und ja so separat dann wird mein frontgewicht angeblitzt aber es kommt nichts zu den pkw fahrern soviel zum thema warum es hin macht auch sich vielleicht solche blitzer zu montieren anfangen natürlich an der front jetzt mit dem aufbau vom ganzen und zwar gleich bei den blitzern das sind sehr flache blitzer von der intensität sehr stark einer kostet 40 euro das würde es geben in einer 3 led version in der 4 led version muss hier haben und auch in 6 6 leds und der vorteil ist an denen die wir haben fünf kabel die funktion von allen fünf kabel gleich noch später die kabel sind original nur 15 zentimeter lang sprich man braucht verlängerungskabel das hat mich einfach gelöst indem er ein sechs meter lichtkabel gekauft haben und gleich dieses sechs meter lichtkabel für den rest der verkabelung verwendet haben zu den steckern das sind heller super sil stecker haben genommen das eigentlich massenware sahen und man sie günstig an mehreren stellen bekommt die firma schreibe ich euch vielleicht in die beschreibung wo ich die bestellt habe wie man die stecker verpinnt das video werde ich noch mal auch verlinken dass man sich ein bild davon macht wie man die stecker zusammen bastelt die metallwinkel sind neuro winkel die man sogar noch wie mit einem zinkspray lackiert haben für bessere optik wichtig ist dabei hier schlitze hineinzuschneiden da diese großen stecker nicht durch ein 10 mm loch passen der vorteil in dem ganzen system ist man kann jetzt wenn man eine größere sämaschine bekommt und dann natürlich ein größeres oder schwereres frontgewicht braucht kann man das ganze system einfach abbauen und aufs neue gewicht wieder drauf schrauben zu der verteiler box ist eine bernstein verteiler box der vorteil an das ist massiver und dichter besser ab als die meisten günstigen dosen dass man das auch mit hochdruckreiniger waschen kann hier sieht man die ganze verkabelung das sind die ganzen plus leitungen minus und die ganze synchronisierung in der einzelnen blitzer der vorteil ist wenn man teure blitzer kauft mit die synchronisierbar sind ist es habt aus der plus leitung im deployer leitung herausgenommen und wenn ich dieses plus mit den gelben kabel verbinde dass die umschalt leitung für den ersten blitzer dann kann ich die blitzmuster aller vier blitzer mit einem kontakt mit einmal verbinden umschalten und synchronisieren vielleicht noch kurz laut straßenverkehrsordnung müssen immer zwei und zwei blitzer synchronisiert sein man könnte sogar glaube ich die oberen zwei und die unteren zwei in einem unterschiedlichen blitzmuster laufen lassen nur eben oberen zwei synchron und diese zwei synchron haben die blitzer die funktion zum synchronisieren gar nicht dürfte man sie auch nicht verwenden im straßenverkehr das kabel ist siebenpolig ich habe auch alle sieben pole da drinnen würde man jetzt theoretisch noch ein begrenzungslicht aufbauen oder blinker aufbauen wollen könnte man einfach eine größere box nehmen und noch zusätzlich das ganze aufbauen das ist ein gewicht was man privat hat meistens uninteresslich interessant also muss jeder kennt den agri bumper wo es eben der unterfallschutz ist für die traktor vorderseite und ich hoffe dass da die jungs auch ein symbolisches kabel zumindest schon mal hineingelegt haben weil das dann die zwei pin belegungen fürs bremslicht und fürs nebelschlusslicht und beim traktor vorne nicht benutzt werden sprich die sind frei die kann man verwenden für eben blitzer oder auch arbeitsscheinwerfer und es ist von der traktor seite ja nicht vorgesehen dass man da ein drehlichter zuschalten kann das kommt dann jetzt dann gleich wie man dieses kabel dorthin verlegt wie das auch bei modernen traktoren funktioniert mit steuergeräten und so das kommt dann gleich aber im agri bumper könnte man auch blitzer aufbauen und das ist hoffentlich eine verteiler zwischen vorhanden wo man damit die blitzer auch hineingehen kann und dann nun mal vom traktor seite aus das signal für das drehlicht braucht es ist keine gute idee die blitzer einfach aufs begrenzungslicht zu hängen weil ich jetzt am feld mit meiner arbeitsscheinwerfer fahr in der nacht und natürlich das begrenzungslicht mit aufdrehen muss laufen am feld ganze zeit die blitzer mit auch wenn ich auf der straße nur am tag oder am abend mit abwend licht fahren möchte muss sowieso stecken aber das kommt dann später aber auf alle fälle das symbolische kabel oder sehr kurz her wie das gelöst ist ich hoffe es geht sich mit der kamera vielleicht aber sieht man so bekommen jetzt da sieht man schlecht das zweite kabel hier sieht man dass nur noch zwei kabel kommen darauf eines ist schon das originale fürs licht und das zweite kommt von uns was wir selber eingebaut haben das kabel geht hier rüber und da hinten entlang und dann da oben hoch und in diesen holm hinauf und da hinten oben da sitzt das lichtsteuergerät vom 6r ist jetzt bei jedem sind schon dir aber bei jedem traktor bei jedem hersteller ist das jetzt anders ich erkläre es mal kurz beim schon dir da hat eben da oben ein lichtsteuergerät die komplette beleuchtungsanlage steuert und natürlich muss man den stromfahrt dort oben her holen weil der kleine schalter in der bedienungs an bedienungsleiste nur ein signal schalter ist dass es zum steuergerät weiß drehlicht einschalten das drehlicht das kabel fürs drehlicht geht nämlich der linken seite zurück an der heckschwebe entlang und geht dann wieder da vorne hinein es ist auch möglich das kabel hier am aholm hoch zu verlegen und gleich darüber am drehlicht anzuschließen wir haben das so gelöst dass man das kabel am steuergerät selber gleich angeschlossen haben weil wenn ein problem auftreten sollte kann ich den radio ausbauen und kommt zu dieser steckverbindung hin wo eben der strom fürs für die blitzer abgenommen wird und bei anderen herstellern ist es jetzt so da kann man das theoretisch auch direkt vom stecker abnehmen ein neuer hat sicher auch schon ein lichtsteuergerät drinnen ist auch die frage dann wo sitzt das ist es einfacher gleich direkt wieder am drehlicht selber den strom abzuzweigen es ist dann jeden ein bisschen selbst überlassen da musst du dann hineinfinden was ist die einfachste lösung für meinen traktor aber es ist jetzt nicht kompliziert das macht man einmal das kabel hinein verlegen das kabel haben wir auf den bremsleuchten pin eben in der lichtsteckdose angeschlossen und von dort ziehen wir eben den strom für die blitzer und können das direkt mit dem drehlicht mitschalten so ich hoffe da war jetzt alles drin was man wissen sollte wissen muss und jetzt gibt es natürlich auch noch das wichtigste wie sieht das ganze aus wie funktioniert blitz in action und jetzt machen wir einen hoffentlich schönen swipe und dann gibt es eine tag und nacht ansicht von den blitzern im video wirkt das am tag etwas schwächer als es im tag richtig wirkt fürs auge in der nacht ist es für die kamera genauso stark für das auge also bei finsterster nacht und bei guten blitzern dann doch aussteigen das vorne abstecken weil um 10 uhr abends mit diesen blitzern unterwegs zu sein ist keine gute idee also hier kommt das weib und viel spaß beim anschauen und danke fürs zusehen so 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 so